Boah, leck mich doch, im Zögerli. So, es geht auch fünfmal? Ne. So, ja, nichts dafür, so. Oh, ja, wir brauchen mehr von diesem Zeug. Ja, lässt sich wahrscheinlich einrichten. Der rastet doch nicht immer gleich aus. Gut, da können wir wahrscheinlich was zerballern. Da ist Sprengstoff drin und zwar ordentlich viel. Was mache ich denn damit? Kann ich vielleicht... Ähm, kann man vielleicht... Na los, egal, schau es auf. Damit es nicht so blöd rumliegt. Ich dachte, ich kann hier los, vielleicht noch was. Nee. Äh, das geht nicht. Warte, da war doch grad was. Achso, da müssen wir wieder einen Schwachpunkt ausmachen. Dem wohl... Der. Sag den Hammer. Taste drei. Zwar nach... Oh, sehr schön. Giftige Gase. Ich wiederhole, Schmuggler. So. Gift mal, gift mal, gift mal, gift mal. Als ob. Das war grad irgendeine Lilane Münze. Wie viel hat die denn wert? Seien wir jetzt schon bare Jedi. Wie viel Wert hat die denn so eine Lilane? Ist ja mal mega krass. Oh, nochmal zurück. Geh nicht. Ähm. Aber das geht. Und ordentlich ziehen. Kräftig, 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 kräftig. Los, los, los. Hammer. 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 Von links nach rechts anzünden. Ja, warte, jetzt hab ich doch kaputt gemacht, oder? Auch bestimmt nicht der Sinn der Sache, oder? Nee, draufstehen kann ich da nicht. Ähm. Reicht das, wenn ich das jetzt hier nochmal baue? Und zwar nach... Da. Von links nach rechts anzünden. Von links nach rechts. Ach so, ja. Ganz klassisch, ähm, links und rechts vertauscht. Sei schon, das sieht doch schon mal besser aus. Au, ach so. Ich bin ja ein Dominiker. So, das ist ja... Bitte. Das kann jetzt kaputt gemacht werden. Und denn das... Sehr schön. Sehr schön. So. Die 8 einmal da hoch. Und das Ding da mitnehmen. Sehr schön. Ähm. Ähm. In hier. Zack. Und was bauen. Was können wir denn draus bauen? Ah, wir können das einfach vervollständigen. Das ist ja, das ist wieder so ein Boarding, oder? Ah, ne, so... Hä? Ein Krabbeldroide. Mal da rauf. Ein Krabbeldroiden. Ich brauche doch hier eben irgendwas, oder? Okay. Da oben ist noch eine Flachladung. Sehr schön. Wenn ihr den Aufzug in Gang bringen könnt. Das lässt sich wohl einrichten, dass wir den Aufzug in Gang bringen. Ach doch, einmal der BB-8. Ähm, wie er das so schön kann. Und drehen, oder? Oder, ne, eine bestimmte Richtung. In welcher, in welcher, in welcher. Nach oben. Ist ja klar. So. Okay. Mal die geballte Ladung, ähm, Sprengstoff. Ähm. Oh. Sehr schön. Oh, fertig, das ist es. Die weichen, fleischigen Teile. Was soll ich denn wissen, was weich und was fleischig ist? Nein, bitte nicht kaputt gehen. So, das hier kann kaputt gehen. So, direkt verlassen. Und Geld holen, Geld holen. Du willst scheiß Geld haben. Oh, ist das viel. Nice. Los, Bewegung. Sehr schön. Du, schließ die Tür hinter uns. Du kümmerst dich um Chewie. Achte auf den Schub, wir hauen mit Lichtgeschwindigkeit ab. Aus dem Hangar raus, ist das überhaupt möglich? Gut festhalten. Informiert die Erste Ordnung, dass Han Solo den Druiden hat, den sie wollen. Und dass er sich im Millennium-Falken befindet. Der Druide wird schon bald beim Widerstand sein. Und das führt sie zum Letzten der Jedi. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi erheben. Oberster Anführer, ich übernehme die volle Veranstaltung... General! Unser Vorgehen muss sich nun ändern. Die Waffe. Sie ist bereit. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, sie einzusetzen. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik! Ohne den Schutz ihrer Freunde ist der Widerstand verwundbar. Und wir werden sie aufhalten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Gehen Sie. Beaufsichtigen Sie die Vorbereitungen. Es gab ein Erwachen. Hast du es gespürt? Ja. Da ist noch mehr. Der Druide, den wir suchen, ist ein Bord des Millennium-Falken. In den Händen deines Vaters... Han Solo. Er ist unbedeutend für mich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, nächstes Level abgeschlossen. Die Erawana. Okay, Level ist abgeschlossen und ist natürlich sehr gut. Und mal wieder einfach... Hey, die... Goldener Stein freigeschaltet. Einen roten Stein haben wir diesmal. Und diesmal haben wir, glaube ich, auch noch wieder zwei. Einen oder zwei davon. Zwei, okay. Muss reichen dafür, dass wir eben nicht freies Spiel haben. Einen Krawanne haben wir freigeschaltet. Boah, diesmal nur Fahrzeuge, oder? Robaka, als verletzt. Han Solo haben wir freigeschaltet. Alatik. Ähm, noch jemanden. 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 Niemanden mehr. So, neues Level entdeckt. Sehr schön. Richte fortsetzen müssen wir ja. So. Sehr schön. Tja, aus einem anderen Schiff auf Lichtgeschwindigkeit zu springen, war wohl nicht so klug. Ich muss dieses Chaos irgendwie in Ordnung bringen. Seht mal in der buchsteitigen Wartungskammer nach. Ich verzeichne hier einen seltsamen Energieverlust. Hey. Poe der Retter. Freigeschaltet. Hey. Wie viel man da auf so einen Stuhl rausprügeln kann, ne? Hm, Geld. Mach ich heute Abend auch mal mit meinem Stuhl. So lange drauf einschlagen, bis Geld rausfällt. Mal gucken, ob es funktioniert. So. So. Das hat nicht gehofft. Denn... Ne. Ich möchte mal ein Decken hier, den entfalten. So. Ah, das ist, das ist hier der Dings. Geld gibt's nicht. Ah, ne. Geld gibt's nicht. Hm, so. Ich will auch nur bestimmte Leute machen. Ach, man gefriert hier immer noch. Du Bacca, der ist doch ein bisschen... ...zu resistent, wollte ich sagen. Aber, ne, anscheinend ja nicht. So riesig, der Millennium Falcon. Wieder giftiges Gas. Wo ist ein Po? Ähm, Finn, meine ich. Haben wir grad gar nicht. Wollte der sich nicht um Jebacca kümmern? So, da brauchen wir auch Po für... Äh, Finn für. Ähm, so. Geht nicht, Spade. So. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen was in Kohle mit. Oh, hier kommen wir doch her. Oh. Haben wir praktisch alle Kohle, die es gibt, einmal eingesammelt. Also Münzen, die man überhaupt nicht sieht, sind dann praktisch diese lilanen, ja? Unsere pinken oder wie auch immer man die Farbe jetzt bezeichnen will. Ich glaube, ähm... Von der Kunst her heißt das pink. Ne. Lila. Ne, pink. Ich habe keine Ahnung. Wisst schon, was ich meine. So. Sehr schön. Und jetzt... ...Bagger. Zack. Und zieh hin. Sehr schön. Ach, Mynox. Die müssen wir dann wohl mal abschlachten. Okay. Wann bald die erste Million? Geht ja fix. Okay. Wann daraus irgendwas bauen? Ne. Ich glaube nicht im... Menü. Oh, aber einen goldenen Stein haben wir gefunden. Oh, so viele goldene Steine gibt's. Und wahrscheinlich immer im Menü, oder wie? Okay, was brauchen wir hier für... Ah, Luke mal wieder. Braucht man auch überall für. So, irgendeinen anderen Jedi, denke ich. Ich denke einfach nur irgendeinen Jedi. Ja, schaffen wir. Bestimmt schaffen wir das. So. Hyperantrieb, ja. Wird erledigt. Wo ist er denn? Hyperantrieb. So. Hier ist nur ein Haufen... ...Gold. Hyperantrieb, Hyperantrieb, Hyper... ...Pruzieren. Wir runter? Nein, wir kommen ja nicht runter. Ah. Ersatzteile findet ihr in den Kisten, falls ihr sie braucht. Wir doch nicht. Wir können das auch ohne Ersatzteile. Wir scheißen da einfach rein. Hoffen, dass es danach funktioniert. Wir müssen jetzt... Genau. this ist...